So, willkommen zum Fastian Training. Wir machen eine kleine Swamma. Wir fangen mit dem Kopf an, aber vielleicht links. Schön zur Seite nehmen. Kennt man auch. Ein bisschen dehnen. Kopf tief hoch. Kopf kreisen. Ein bisschen schließen. Richtungswechsel. Sehr gut. Jetzt noch ein bisschen den Schultern kreisen. Die Fastian in der Hand. Nach vorne kreisen. Sehr gut. Ja. Wir nehmen so zwei Finger. Ja. Und wir machen ein bisschen die Fastian. Rollen. Rollen. Ja, es braucht noch ein bisschen Übung. Und wir nehmen jetzt hier an. Ja, das ist ein Rollen. Andere richtigen Rollen. Ja. Und du siehst hier, der ganze Körper stabilisiert. Das ganze Rollen ist hier. Sehr gut. Wir machen ein bisschen vor. Drehen. Ein bisschen Schultern Mobilisation. Genau. Sehr gut. Ja. Noch mehr in den Pluskopf öffnen. Wir gehen nach oben. Und schön locker lassen. So kannst du es hören. Nach oben. Und locker lassen. Schön aufmachen. Genau. Jetzt noch fünf, sechs Mal. Sehr gut. Ja. Einmal noch. Super. Ja. Und jetzt schwingen wir seitlich. Jetzt links. Seitlich. Genau. Jetzt noch ein bisschen mitgehen mit dem Körper. Zur Seite. Schwimmen. Ah. Sehr gut. Ok. Wir kommen in die Kniebeuge. Nicht mal als Hunde. Faszie über Kopf. Und wieder aufstehen. Faszie über Kopf. Und wieder aufstehen. Und dann aufstehen. Schön runter. Wieder aufstehen. Wieder aufstehen. Wieder aufstehen. Wir bleiben unten. Ja. Kleine Modulation nach rechts und nach links. Das ist die Rückenmuskeln. Ja. Drehen. Und gerade. Genau. Oh. Glockenlassen. Sehr gut. So. Schön festhalten. Nach hinten drehen. Und dann zur dritten Seite. Genau. Schön nach hinten drehen. Und zur dritten Seite. Und oben drüber. Immer das Wechselbein. Und durch. Und drüber. Und durch. Und drüber. Das hände bei einem Richtungswechsel. Und durch. Und drüber. Und durch. Und drüber. Wer kann das Bein nicht absetzen. Bleiben in Luft. Bleiben in Luft. Bei uns. Super. Beinwechsel. Bei der Zeit bei der Brücke. Ich werde die komplette Schuhe heben. Willst du die Schultern? Ja. Ja, Richtung Wechsel, wer kann das Bein nicht mehr absetzen, bleibt in der Luft, sehr was. Die Lebenskörper ist besser sichern, oder fast besser, sehr gut. Jetzt beide Beine in der Luft, unten durch, beim Scherzen. Gut, wir gehen jetzt nur einmal nach vorne, mit der Rolle vorne und hinten. Schau, dass der Rücken immer schön gerade ist, schön gerade Rücken. Richtungswechsel in andere Richtung. Okay, super. So, soll ich machen? Bleib ein bisschen an diesem Punkt drauf. Und was immer schön aus wie in der Faszienrolle. Ich bitte einen Moment, der Rücken ist so sehr, sehr gut aus. Ich bitte einen Moment. Ich bitte einen Moment. Ich bitte einen Moment. Ich bitte einen Moment. Das ist eine Moment.